Nächste Redner für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Europäische Union ist in einem desolaten Zustand. Leider, und das muss ich sagen, haben die Bundeskanzlerin und der Bundesfinanzminister daran einen großen Anteil. Und auch Vizekanzler und Minister Gabriel ist insofern mitschuld, als er als Vizekanzler zu alledem geschwiegen hat und sich als Wirtschaftsminister nicht eingemischt hat. Deutschland spielt eine führende Rolle in der Europäischen Union. Und es gibt zwei Wege, wie man diese Rolle ausfüllen kann. Der erste Weg ist, man baut den Süden Europas und damit auch die Europäische Union auf. Der zweite Weg ist, man baut den Süden Europas und damit auch die Europäische Union ab. Leider hat sich die Bundesregierung zu diesem zweiten Weg entschieden. Das ist verhängnisvoll. Sie reden von Wettbewerbsfähigkeit, von wettbewerbsfähiger Demokratie, die soziale Frage, die ökologische Nachhaltigkeit, die Solidarität. All das spielt nicht die geringste Rolle. Interessiert Sie einen Pfandreich? Permanent wird im Süden Europas gefordert, runter mit den Löhnen, runter mit den Renten, runter mit den Sozialleistungen. Das sind aber Länder, die im Unterschied zu Deutschland nicht vom Export, sondern von der Binnenwirtschaft leben. Und wenn Sie permanent die Kaufkraft reduzieren, ich bin auch gar nicht bei der sozialen Frage, dann heißt es, dass die Binnenwirtschaft geschwächt wird. Das heißt, dass die Steuereinnahmen zurückgehen und das bedeutet, dass die Schulden niemals zurückgezahlt werden können. Was wir gebraucht hätten, wäre ein Marschallplan für den Süden gewesen. Den haben Sie abgelehnt. Aber Deutschland, nach dem schlimmsten Krieg, nach den schlimmsten Verbrechen, nach 1945, nicht die DDR, aber die Bundesrepublik, bekam einen Marschallplan, der geholfen hat beim Aufbau. Und nicht nur das, acht Jahre nach diesen entsetzlichen Verbrechen, tagte eine Schuldenkonferenz in London 1953 und hat Deutschland fast alle Schulden erlassen. Vergleichen Sie das mal mit der Art und Weise, wie Sie den Süden Europas behandeln. Und ich behaupte, wir brauchen jetzt, 64 Jahre nach 1953, wieder eine Schuldenkonferenz. Nicht nur für Griechenland, für die gesamte Eurozone. Und bestimmte Schulden müssen einfach gestrichen werden. Und ich darf Sie an die Bibel erinnern, an das Alte Testament, an die Verse 8 bis 55 im dritten Buch Moses. Lesen Sie das mal. Da steht von einem als Schuldenerlass alle sieben Jahre, aber zumindest nach 49 Jahren im sogenannten Jubeljahr. Und ich finde, die Christdemokratinnen und Christdemokraten könnten sich doch wenigstens mal nach der Bibel richten. Das wird doch höchste Zeit. Und wenn man den Banken sagt, alle 64 Jahre gibt es so eine Schuldenerlass, dann gewöhnen die sich auch dran. Sie müssen es nur wissen. Ich glaube, dass das der richtige Weg wäre. Die EU ist unsolidarisch. Ich sage ein Beispiel. Deutschland hat die Solidarität mit Griechenland aufgekündigt. Das war deshalb so verhängnisvoll, weil sich alle anderen Regierungen gesagt haben, ach so werden wir behandelt, wenn es uns schlecht geht. Ich erinnere daran, dass die italienische Regierung, als so viele Flüchtlinge nach Italien kamen, um EU-Flüchtlingsquoten bat. Was sagte die Bundesregierung? Wir haben das Abkommen von Dublin, kommt gar nicht in Frage. Ist eure Angelegenheit. Etwa zehn Monate später kamen sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland. Und plötzlich wollte die Bundesregierung EU-Flüchtlingsquoten. Ich habe selten in solche wonnigen Gesichter von Staats- und Regierungschefs gesehen, die uns alle den mittleren Finger gezeigt haben. Da war mir klar, die Solidarität in der EU ist kaputt. Und das geht nicht. Und wissen Sie, der Höhepunkt war, der Höhepunkt war, als jetzt etwas Geld übrig blieb in Griechenland, hat man entschieden, dieses Geld den Ärmsten zur Verfügung zu stellen. Und Frau Merkel und Herr Schäuble haben ein Affentheater gemacht, das alles jetzt gestrichen wird. Sie müssen sich mal überlegen, wie das bei den Leuten in Europa ankommt, wenn man eine solche kleine Geste derart beschimpft. Dann muss ich noch etwas sagen. Die EU ist unsozial. Der Süden kennt nichts anderes als Sozialabbau in den letzten Jahren. Und auch in Deutschland haben wir den größten Niedriglohnsektor und millionenfache prekäre Beschäftigung. Die EU ist auch ökologisch nicht nachhaltig. Ich sage mal, unzureichende Ziele und unzureichende Realisierung beim Klimawandel. Die EU ist intransparent. Die TTIP-Verhandlungen wurden als Geheimverhandlungen geführt. Ich beurteile natürlich die Tatsache, dass heute Trump-Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird, äußerst kritisch. Aber Sie wissen, negative Entwicklungen haben immer auch so ein kleines positives Körnchen. Es könnte ja sein, er lässt TTIP fallen. Und das wäre dann im Interesse der Europäerinnen und Europäer. Die EU ist undemokratisch. Ich werde Ihnen auch sagen, warum die EU undemokratisch ist. Weil sie einen Regierungsföderalismus begründet hat. Man interessiert sich diesbezüglich weder für das nationale Parlament noch für das europäische Parlament. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Das europäische Parlament hat beschlossen, weil Erdogan die Türkei von der Demokratie zur Despotie und zur Diktatur entwickelt, die Beitrittsverhandlungen auszusetzen. Was sagt die Kanzlerin? Nö, wir verhandeln weiter. Vielleicht machen wir kein neues Kapitel. Es interessiert Sie einfach nicht. Das bekommen doch die Europäerinnen und Europäer mit und vertrauen deshalb der Struktur nicht mehr. Außerdem ist alles wirr. Europarecht, Sie haben es erwähnt. Jeder Bürgermeister stützt sich aufs Europarecht. In der Hälfte der Fälle stimmt es. In der anderen Hälfte ist es frei erfunden. So geht das nicht weiter. Die Leute verlieren jede Übersicht. Und nun will die EU auch noch militärisch werden. Ich sage Ihnen klipp und klar, statt der nationalen Streitkräfte, darauf könnten wir uns verständigen. Aber das können Sie ja vergessen. Das kommt alles oben drauf. Wir sind strikt dagegen, dass die Europäische Union invasionsfähig wird. Aber nachdem ich das alles gesagt habe, muss ich Ihnen begründen, weshalb ich einen Neustart will und die EU retten will. Das ist ja scheinbar ein Widerspruch. Erst mache ich die EU fertig und dann kommt das Gegenteil. Tja, ich bin eben ein Dialekt, das kennen Sie nicht. Ein Dialektiker. Erstens die Jugend. Die Jugend ist europäisch aufgewachsen. Die meisten Jugendlichen sprechen ganz gut Englisch. Die haben mal dort gearbeitet, die haben mal dort studiert, etc. Stellen Sie sich doch mal vor, wir kriegen die alten Nationalstaaten wieder mit Grenzbäumen. Dann kommt irgendwann wieder die Notwendigkeit, einen Pass zu haben. Dann gibt es irgendeinen Konflikt. Dann wird eine Visumspflicht eingeführt. Stellen Sie sich mal vor, zwei Monate, bevor Sie nach Paris fliegen wollen, müssen Sie erst mal ein Visum beantragen in der französischen Botschaft. Das ist für uns Alte ja kaum vorstellbar, aber für die Jungen eine blanke Katastrophe. Das ist der erste Grund, weshalb das nicht geht. Der zweite Grund, die weltpolitische Relevanz der Nationalstaaten. Können Sie vergessen, was glauben Sie, welche Rolle Luxemburg im Nahostkonflikt spielt? Nur als EU sind wir ein Faktor. Drittens, ökonomisch haben wir doch als Nationalstaaten im Verhältnis zu China und den USA nichts zu bestellen. Nur als EU sind wir ein Faktor. Dann kommt viertens. Die deutsche Nationenbildung, weil wir schlechte Revolutionäre sind, ich erinnere an 1848, kam ja erst 1871 zu spät. Da war die koloniale Aufteilung der Welt abgeschlossen. Was wir heute begrüßen können, wir müssen uns nicht ganz so oft entschuldigen wie andere. Wir bekamen nur einen kleinen Teil Afrikas, aber die Herrschenden fühlten sich zu kurz gekommen. Sie hatten nicht den Zugang zu Rohstoffen, konnten die Leute nicht so ausbeuten wie andere. Und deshalb immer wieder der deutsche Sonderweg, der Versuch der Neuordnung der Welt, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, gescheitert. Eine Schlussfolgerung bestand darin, Deutschland international zu verankern. Ich will nicht zurück zum alten deutschen Nationalstaat. Dann gibt es wieder Rechte, die davon träumen, die Einflusssphären zu erweitern. Ja. Und genau diesen deutschen Sonderweg möchte ich für immer ausschließen. Auch deshalb will ich die Verankerung in der Europäischen Union. Und der fünfte und letzte Grund ist ganz einfach. Es gab noch nie zwischen zwei Mitgliedsländern der Europäischen Union einen Krieg, während vorher die ganze europäische Geschichte durch Kriege zwischen diesen Staaten getellzeichnet war. Und deshalb sage ich Ihnen zu Schluss, wenn Sie nicht ernsthaft für eine solidarische, sozial gerechte, demokratische, transparente, unbürokratische und unmilitärische Europäische Union streiten, wird die Rechtsentwicklung, die wir in den USA, in Polen, in Ungarn, in Finnland, in Dänemark, in Frankreich und in Deutschland erleben, zunehmen. Wenn wir sie hier in Deutschland wirksam bekämpfen, dann können wir sie auch in Europa bekämpfen. Applaus 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 Applaus